Mein Name ist Min Son Kim, ich bin Managing Partner in einem Fonds für digitale Gesundheit und bin der Sohn von Young Hee Kim. Geboren im Nachkriegskorea bist du im Jahr 1972 nach Deutschland gekommen. Dort, liebe Mama, in der Bundesrepublik warst du jede Stunde, an jedem Tag, 45 Jahre lang immer für andere da. Als Krankenschwester für deine Patienten, für die Gemeindemitglieder der koreanischen Kirche und natürlich ganz besonders für meinen Bruder und mich. Nach einer harten Schicht auf der Intensivstation auch noch für zwei Kinder zu sorgen, von denen eins definitiv ein ganz schöner Rabauke sein konnte, sorry nochmal, das war sicherlich nicht leicht. Wenn ich heute zurückschaue, ist deine Art für andere Menschen da zu sein und der frühe Tod unseres Vaters ausschlaggebend, warum mein Bruder heute als Arzt tätig ist und ich mich für ein digitaleres Gesundheitswesen in Europa engagiere. Auf diese Weise können wir nun deinem Vorbild folgen, für andere da zu sein. Heute, nach 50 Jahren in Deutschland im Mittelpunkt zu stehen, ist sicherlich sehr ungewohnt für dich, aber vollkommen verdient. Danke, Mama.